Seid gegrüßt meine lieben tapferen Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Extra-Ausgabe. Und zwar geht es um die Opa-Zeron-Community-Seite. Bisher waren die Downloads vom Texturenpack und auch von Sonnenscheins Parallelwelt ja immer auf irgendwelchen ausgelagerten Servern im Internet zu finden. Und da gab es einige Probleme mit irgendwelchen Sachen, die sich installiert haben und so und sehr viel Werbung. Und es war immer sehr verwirrend, dass man da vielleicht falsch draufgeklickt hat und so. Und das will ich natürlich vermeiden. Ich müsste mich eigentlich mal wieder rasieren. Aber mache ich vielleicht heute. Mache ich vielleicht heute. Da gab es immer ziemlich viele Verwirrungen und Irrungen und deshalb habe ich jetzt eine Community-Seite gemacht. Und zwar hat der tut meistens nichts, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, hat angeboten, dass wir so eine Seite machen könnten auf ihrem Server und da die einzelnen Dateien draufpacken können. Und das ist jetzt entstanden und da gehe ich jetzt auch mal drauf. Moment, muss ich jetzt hier mal gucken. Zack, so sieht das Ganze aus. Jetzt momentan noch. Ja, da haben wir erstmal diesen Home-Bereich. Also die Adresse ist seron.kadabum.de Blende ich jetzt auch nochmal ein. Beziehungsweise oben im Infofenster könnt ihr eventuell da hinkommen. Wenn nicht, findet ihr den Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Da seid ihr erstmal hier auf der Seite. Jetzt kann ich den unteren Teil nicht einblenden. Das ist aber blöd. Und naja, auf jeden Fall, ich kann nur den oberen Teil einblenden. Das ist ja blöd, weil man nicht weiter runterscrollen kann. Das ist die Seite. Vielen Dank nochmal an Kadabum und besonders an tut meistens nichts, dass er das eingerichtet hat. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel das Texturenpack downloaden wollt, geht ihr ja einfach auf Download. Und dann habt ihr hier das Texturenpack. Da unter dann solche Sachen wie die Parallelwelt vom Sonnenschein. Hier habe ich noch Spiegelwelt geschrieben. Mal sehen, vielleicht ändere ich das noch. Und dann braucht ihr einfach nur hier auf den Link klicken. Download. Und dann startet auch der Download. Ich kann das ja mal machen. So, dann einfach einmal hier. Genau, hier kannst du die Texturenpack-Saison runterladen. Zack, einmal draufklicken. Und jetzt geht das hier unten los. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja, wenn du hier draufklickst, kommst du wieder auf meinen YouTube-Kanal. Und hier soll eine Seite entstehen. Da ist noch nichts. Kann ich mal draufklicken. Da werde ich noch ein bisschen Sachen vom 3L-M-Land einrichten. Aber wichtig ist für euch erstmal nur diese Seite. Hier gibt es das Texturenpack. Jetzt in der Version 1.10. 1.11 ist in Arbeit. Aber noch nicht fertig. Ihr könnt auch irgendwie Stimmen abgeben dafür, ob euch das gefallen hat. Und ihr könnt es hier downloaden. Jetzt sind 18 Leute, haben das schon gedownloadet. Aber ich wollte nochmal extra darauf hinweisen, damit ihr da schneller hinfindet. Und ja, das ist ein ganz kurzes Video im Grunde nur. Genau, so sieht es aus. Also, wenn ihr das Texturenpack oder die Minecraft-Map downloaden wollt, könnt ihr das da jetzt tun. Es gibt jetzt auch immer nur noch einen Link in den jeweiligen Videobeschreibungen unter den Minecraft-Videos, der darauf hinweist. Ja, heute ist Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich muss ab morgen wieder arbeiten. Deshalb heute Abend werde ich wahrscheinlich noch beim Shadow im Livestream sein. Und ab morgen geht es dann wieder an die bittere, böse Arbeit. Bis dahin muss ich mich rasiert haben. Also, liebe Leute, euch ein schönes Wochenende und viel Spaß bei allen Dingen, was ihr gerade so treibt. Euer Opa Ceron. Auf Wiedergesehen. Beziehung. Was für euch ist heute?